Ab geht's, Freunde. Das wird ein ziemlich... ein relativ langer Weg. Ich muss mich mal kurz fahren lassen. Hallo! Hier geht's lang. Das Einzige, was ich machen muss, ist ein bisschen ausschalten und nicht von diesem Elefanten gefickt werden. Gessen Dank. Tschüss. Schau, wenn ich nichts mache, machen die auch nichts. Doch, ganz toll. Sichern. Jetzt kämpft, um ihn zu behalten. Nasser, die brauche ich nicht. Noch mehr Nasser, die ich nicht brauche. Elefanten, immer noch nicht. Ich habe den Außenposten nicht verteilt, in der Schweiz. Bei mir ist es scheißegal. Glaubst du da nicht, hast du das? Der Außenposten interessiert mich doch nicht. Wo ist denn dieses gelbe Ding, ne? Wo denn? Ich sehe ja keinen gelben Punkteangriff mit in der Nähe. Was wollt ihr? Was? Wo, wo, wo? Toll, das sind überhaupt keine. Ist halt erstens die aufgestreckt und zweitens nicht mehr was gebaut. Meine Beutetasche ist voll. Ist eigentlich meine eigene Schulter, war da vorne der... Ach, den hätte ich doch, äh, ne? Jagdjerky, weg. Ich brauche drei Plätze. Warum diese ganzen Blätter, die muss ich mir eigentlich mal... Also für einen Moment lasse ich mir, lasse ich das mit den Blättern mal. Wenn ich Fuchsfälle nehme. Dann... Rothundfälle. Fuchs, genau das gleiche. Keine fucking, kein fucking Unterschied. Hallo! Ja, Moment. Ich muss nur kurz nachladen, Freunde, wartet noch. Alter, fahr doch rückwärts. Ich sitze auf dem scheiß Quad, du Pisser. Ich hab dich gehört, deswegen ist mir das egal, aber... Hab ich ihn abgeschossen? Vielleicht. Kann ich nie in Ruhe Fälle holen? Meine Güte! Geht mir auf den Sack, Jungs. Sack und messern. Das wollte ich nicht. Jetzt kommt der Schessadler wieder. Oh. Könnt schon allen gefickt, man. Blind Fire. Wurde er hätte mal weggefahren sein. Ja, gleich. Ich würde gerne dieses letzte Fell nehmen, weil ich's wirklich sauer mache. Können wir irgendwas craften, herstellen. Was auch fucking immer. Köderbeutel. Das brauch ich nicht. Ich hab einen Bral... Ach, ich hab von beiden Fällen einen. Stinkt die, ja? Willst du mich verarschen? Was ist denn scheiß stinkt die? Willst du mich kicken? Schön, dass es das gibt, aber... Ach, Honigdachsfell. Okay. Ach, da ist jemand. Sag das doch. Kann ich dir helfen? Nö, kann ich nicht. Nö, egal. Bisschen zielen und dann. Hat, glaub ich, gesessen. Knastbruder. Zerstöre oder entführe. Ähm, diese Granate hätt ich mir wirklich sparen können. Aber gibt Kohle. Kann ich jetzt weiterfahren? Dann können wir es weggehen. Okay. Kann ich jetzt weiterfahren. Man kann ja auch nichts in Ruhe machen. Wir sind dauernd von irgendeinem Scheiß unterbrochen. Und ihr gönnt mir doch auch mal was. Ich weiß. Geh weg! Ich glaub, das waren meine Homies. Also alles gut. Dass ich da gerade, äh... ...gerugiert habe. Die ersten sind nicht meine Homies. Ich wollte gerade noch. Warte. Ah. Vielleicht sollte ich doch Elefantenreiter nähern. Erlernen, wenn es schon da steht. Natürlich bist du auch nicht hier. Was habe ich denn jetzt schon... Was habe ich denn nicht gemacht? Ah, toll. Den ganzen Weg bis hier darf ich nochmal fahren. Bullshit. Ach komm, Freunde. Wir gönnen uns einfach nochmal, ne? Warum denn fucking nicht? Geht bloß weg. Geht mir ja nicht auf den Sack. Können mich allemal sonst wo. Kreuzweise und sowieso. Ich wollte schießen, noch nicht. Ja, chill doch mal. Dann geht's weiterfahren. Nö, aber ist mir auch egal. Oh, wie können die noch so nervig sein? Die haben einen scheiß Preis verdient. Oh, jetzt kommen wir mal. Hier, ganz locker vorbei. Euch ignorier ich kurz mal. Hm, nicht so ganz. Habe ich noch Granaten? Wahrscheinlich nicht mehr. Toll, habe ich alle verschwendet. Die Bitches müssen brennen. Wo ich mich die ganze Zeit schon sehen kann. Was hinter mir? Oder auch nicht? Schön, wie es das Feuer ausbreitet. Ey, Moment mal. Ich hab doch Köder. Was will ich denn? Geh einzeln, Alter. Ja? Nein? Was? Wurden die von irgendeinem Tier gefickt oder so? Oder werden die? Kopfschutz. Oh, diese Erfahrungspunkte. Nice. Die wurden aber nicht ernsthaft von einem Stinktier, oder? Ja, ich wollte dich eigentlich nicht gerade fliegen, aber gut. Alter. So, heute ein Jahr plündern. Auf jeden Fall. Ich mach alles, was ihr wollt, aber... Das ist mir noch ein bisschen zu heiß. So, wen soll ich plündern? Munition kann ich plündern, das sehr gerne. Ach dich. Kann ich jetzt bitte gehen? Man kann... Unmöglich. Es geht nicht. Von A nach B, ohne dass irgendein Scheiß passiert. Fahr! Überfahren. Wenn das auch mit nötlichen Tieren passieren würde, das wäre ja noch viel geiler. Hm, halt. Also, das nächste Mal nützliche Tiere und ich bin... Kann ich irgendwas? Nee, reicht zum Nix, ne? Nebelpadenfiel von Scheißköcher. Ich glaub's ja wohl. Schau mal. Hm, okay. Und bitte. Weiter geht die Reise zum Weg. Punkt, 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 Punkt. Warum sind die nie die richtigen Tiere? Haben wir mich gleich gefickt? Geh weg! Reise zum Weg, Punkt, okay. Kommt die mir hinterher, ja, ne? Okay. Ähm, das wollte ich nicht. Verdammt. Wenn mein Auto nicht von der Line weiterfahren würde, ich wäre schon lang tot. Der Autopilot ist Gold wert. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für... Ist der tot? Ja, ne? War nicht alles, ne? Ach, der wollte gar nichts von mir. Noch besser. Apropos wollen. Wo wollte ich denn überhaupt hin? Ach, zu dem scheiß Turm, Turm. Ich kann nicht direkt da hin oder so. Der Turm ist doch direkt da. Was will dieses Spiel mit verarschen oder so. Der Turm ist direkt vor meiner scheiß Nase. Wie so ein Stinktier, ne? Ich glaube schon, brauche ich nicht. Gerade wichtigeres zu tun. Nächste Glockenturm. Infiltration. Und schleichen wir uns. Wurfmesser, immer gut. Der Turm nervt ein bisschen. Deswegen machen wir uns dagegen. Oder versuchen wir uns zu dem. Ausrichtslosenkampfhaus. Merkt ihr nicht, dass eure Verblindung Leben kostet. Hm, genau. Das Töten kann aufhören. Natürlich. Stellt eure Angriffe ein. Ich meine, genau jetzt sind da... Ohne Schlange. Ich will diese Dinge haben. Kommt her. Na, ist zu kurz. Wie geht es? Verfehlen sie wirklich alle? Wirklich? Ja, verdammt. Warum lädt sie danach? Was soll das? Habe ich einen Nachladeback oder was? Und da gibt es nicht mehr einen Wildunfall oder so. Ach, komm. Ich meine, da läuft meine neue Tasche. Komm, Treffer, ja. Neue Tasche, bitte. Sofort. Oder neuer Geldbeutel, was auch immer. Scheißegal, ich nehme beides. Samba-Haut war eins von beiden. Yes! So, und jetzt nicht sterben, dann sind wir doch alle glücklich. Moment, was brauche ich für die neue, neue Tasche dann? Dreimal Schweinehaut. Das ist ja mega billig. Jetzt komm, komm her, komm. Ich habe dich gesehen, ich hätte dich fast gefickt. Und tschüss. So, also ist der Glockenturm so unbewacht, wie es aussieht oder wie oder was? Hey, Moment mal. Ich habe keine Muni mehr. Na komm, Fälle können auch niemals, ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni, das gibt's doch nicht. Nicht verbrennen oder so, Molotow. Ach, ich bin zu viel auf Tierjagd, echt. Oder so, komm. Komm her, komm, komm, komm. Messer eins gegen eins. Pisser. Nein, nein, ich finde es gut, wie ich alle meine Muni, meine Muni einfach verschwende. Ist doch auch irgendwo cool. Scheiße. Ich glaube, da kommen ein paar Sachen durch die Wand, ist aber vollkommen aus. Weil, ne, scheiße, was bitte? Alter, was ist denn los mit diesen nervigen Scheißtieren hier? Ich glaube auch, es hackt aber komplett. So, habe ich irgendeine scheiß Waffe noch. Ich habe einen Köder, der mir nichts bringt. Geil. Waffe ohne Muni, ich habe nichts, ich habe nichts, verdammt. Jetzt aber. Können ich diesen Scheiß Bienen entschärfen? Dann können wir auch los. So, diese Bienen rastet erstmal cool aus. Das ist ja alles ganz nett. Und das ist wieder eins, das ich sehe. Und ja, ich sehe auch diesen Adler da oben. Der da scheinbar festhängt. So, gerade war er noch da. Halt, was ist, was, was, wer entdeckt? Scheiß Molotow, Alter, wie sie wieder wichst, der du bist. Na, komm, rückwärts ist immer dumm und irgendwas. Da mache ich den Pister zerstört, ist auch geil. Haben sie im Finger, mega gut. Da habe ich noch eins. Warum sind so viele Scheiß Bienennäste? Aber, nee, das ist gut. Warum sind die Wachen jetzt da? Warum sind die ganze Zeit vorher da, wenn es halbwegs wichtig ist? Die Missionen überlebe ich nicht. Da brauchen wir doch gar nicht diskutieren. Das kann ich auch so sagen. Kein Sinn hat, das überhaupt zu probieren. Da kommt es abschließend schon wieder. Bär. Arschen. Wollte mich scheinen. Diese Heilung. War dumm, weil ich war sowieso fast auf dem nächsten Balken. Gesundheit und Sicherheitswarnung. Mhm, glaube ich. Na, dann klettern wir nochmal, ne? Ich sag, klettern, hallo. Steht sogar da, das Spiel möchte ich einfach nicht. Komm ich da mal hoch? Ich sag mal, das ist ja. Hier. Halt! Das ist munizio. Oder Molotow. Ich nehm alles. Ich nehm wirklich alles gerade. Ähm. Das ist ein farbiges Dreieck. Das in der Luft schwingt. Was ja auch erstmal total legitim ist. Nur leider ein bisschen dick. Da, da oben, der. Hab ich den abgeschossen, dass der in den Turm fliegt oder so? Scheinbar. Die Leiter, die ich mir wieder fast nicht gesehen hätte. Fast untergefallen. Die Leiter, die ich mir wieder fast nicht gesehen habe. Ich bin der nächste Adler. Ich ziehe auf den Klettern. Läuft. Also alle sind wirklich das Nervigste, was dieses Spiel zu bieten. Und alles andere Pipifucks. Aber das hier geht einfach zu weit. Was ist denn die Gegner, die mir scheißegal sind? Da bist du. Oh, ich habe nur ein paar Gratis-Federn, sagt man das nicht. Und da ist eine Leiter, die ich balancieren muss. Gerade. Also lockerer geht es mir schon fast gar nicht mehr. Aber auch nur fast. Ah, hier geht es lang, hier. Ich weiß nicht, warum ich x-Mashe beim Klettern, aber es gibt mir das Gefühl, als wäre ich schneller. Flash-Love-Werk, großer Smaragd. 20.000, jawohl. Kannst du noch was, oder können wir gehen? Wir können. Glockenturm befreit. Ich werde mich die ganze Zeit an den Glockenmörder aus dem Mörderzoo ausbrechen. Paktianklinik. Dürre-Kürten-Kürten. Dürre-Kürten-Kürten. Banner Schuhe ist scheitert. Das sind ja sehr interessante Orte. Sehr interessant. Und die Glocken hat geläutet. Zwei Punkte können wir wieder ausgeben. Gesundheitsfeld Nummer 4. Ja! Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt groß diskutieren musste. Oder überlegen musste. Das war ja so. Ich reibe an! Geht mit Deckung! Die Frage ist nur, soll ich jetzt runter, oder? Mache ich einfach schnell Reise, weil... Was will ich hier, ne? Propaganda-Poster, Waffennest. Das ist ja alles ganz schön. Auch nette Außenposten, aber... Wahrscheinlich sollte ich wirklich langsam mal zu Sabal. Und dazu reisen wir hier. Mohangal starb unter sehr mysteriösen Umständen. Ja, das hat uns ja das Mädchen da gesagt. Müssen wir noch irgendwann mehr rausfinden darüber. Vor allem, wie so ein USB-Stick 40.000 bringt. Kannst du auch übertreiben. So, wir können jetzt hier 60.000... Äh, nein, nicht 60.000. 60 Sachen. Aber so ein neuer Geldbeutel wäre ganz cool. Die ich mir natürlich nicht kaufen kann. Das einzigartige... 4 zu viel. Waffen. Wie wär's denn damit? Schussfrequenz. Naja. Die sehen eigentlich ganz geil aus. Nehmen wir mal. Zwei Glockentürme. Nee, komm, komm, wir jetzt. Ja. Wenn wir schon das Geld haben, dann... Machen wir das so. M133, auch nett. Wahrscheinlich durch Einsammeln oder so. Muni brauchen wir nicht. Warum sollte ich was kaufen, was genau ich gerade verliert? Das ist doch dumm. So, voll. Na gut, dann. Wir ändern einfach mal die Zeit. Vielleicht jetzt ist das ein Speicherpunkt. Ja, das war, glaube ich, das Speichersymbol. Ich kann es ja nochmal kurz testen irgendwie vielleicht. Ob man wirklich gespeichert hat. Damit L3 Wingsuit. Okay. Soll ich jetzt... Das hat wahrscheinlich schon gespeichert, aber... Ich bin... Ich gehe gerne auf Nummer sicher. Also. Spiel. Wie beende ich das Spiel? Ach, Anwendung schließen, ja. Und dann starte ich es nochmal. Dann sollte ich einen Speicherpunkt machen. Das ist gut zu wissen. Also das Schnellreisen und oder Schlafmöglichkeiten. Mir einen Savepoint geben. Ja, Ubisoft. Jetzt vielleicht ein bisschen fucking spät dafür. Feuer, blödes Intro. Dunia Engine. Die Folge erinnern. Die Beutel ist aber gespeichert hat. Achso, wenn... Ja, gut. Ja, dann weiß ich es auch so. Ich habe es ja gerade gesehen. Dass die Symbol da war. Trotzdem beende ich lieber im Spiel. Ist irgendwie cooler. Er hat einen aufstehenden, indischen Design angeheuert, um die Uniformen zu gestalten. Dieser Pagan Min. Dieser Junge. Einzigartige Waffen finde ich an diesen Handelsposten da. Ach, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Irgendwas mit Gemälde. Können wir mal checken. Munition voll. Okay, hat gespeichert. Dann. War das wieder sehr viel Outro, was eigentlich nicht gebraucht hätte. Für Fucker 4. Für heute. Freunde, es hat... Doch, es hat Spaß gemacht. Bisher kannst du ja echt nichts sagen. Macht schon Bock, das Spiel. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt mein Genre ist oder sein wird oder so. Aber bisher läuft. Das ist ein Schweine. Das ist ein Schweine, oder? Die geben mir mein nächstes Upgrade. Wo ist dieses Schwein hin? Da. Na, komm her. Ich wollte doch Schluss machen. Jetzt will mir das Schwein nerven. Oder doch nicht. Ach doch, das ist zu weit weg für dich. Können diese Karma-Punkte-Pisa mich in Ruhe lassen? Jetzt habe ich auch das verloren. Vergessen, wo das Schwein ist. Scheiß drauf. So, ich habe keinen Bock mehr. Freunde, gönnt euch. Es war eine schöne Aufnahme. Hier steht sogar speichern. Bin ich eigentlich voll behindert? Es steht hier. Hier steht speichern. Hier steht speichern und beenden. Was will ich eigentlich? Kann ich bitte nicht dumm sein? Warte, kann ich mich selbst in die Luft sprengen oder so? Das krönen Abschluss. Warte. Ich glaube hier. Ich bin nicht tot. Bullshit. Kann doch wenigstens mit einem Knall beenden. Zack. Und der Scheiß brennt. Jawoll. Das war's. So. Das war's aber wirklich. Bis morgen. Bye, fuck, Raffi. Bye, fuck, Raffi. Bye, fuck, Raffi. Bye, fuck, Raffi. Bye, Raffi. Vielen Dank.